Wow, jetzt sind ja erst 200 MB vorbei, das ist ja richtig geil. Ich nehme hier hin, ich muss hier decken, weil, ähm, ähm, ich muss so lange decken, bis sie es geschafft haben, ähm, die Türme zu zerstören, ähm, hinten dieses Power-Up-Money zu zerstören. Ich war ganz ehrlich, aber ich hab keinen Bock, dass hier, ähm, wir verlieren jetzt noch. Ich hab hier jetzt schon so weit gekommen, ich gucke jetzt mal nach Aufklärung, weil ich weiß ganz genau, weil ich jetzt nämlich weggehe, zu weit weggehe, dann, ähm, verlieren wir. Wir schaffen das, Leute, wir schaffen das, wir sind super. Und mit meinen YouTuber-Kräften kriegen wir es noch besser hin. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Oh, ich bin bereit. Danke. Genau. Also. 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 Das war's für heute. Jetzt auf einer 1.000 1.000 2.000 Das soll natürlich gerade so ruhig sind, aber das ist gerade so krass Wir verlieren und dann wirst wir uns nicht zu viel reden Nur weg, weg, weg ich muss mir in die Mitte gehen, sonst kann es sein, dass die gleich vorbeikommen. Verloren. Ne, ne, du bleibst hier. Schafft die Leute. Und dann mal, ja... Jetzt sind wir schon auf die Treppe. Geht die Leute ab, der sie auch um geholt. Sie ist alles gut, also schon wieder. Die F fizeramme meinen Zettbewerb. Steck ich jetzt ver. Sie können gehen mit dem, was sie schütztend. Dann ist sie wieder. Aber ich bin nicht so großartig. Und dann können sie nicht mehr so großartig sein. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Super, Leute. Die Runde hat mir richtig gefallen. Wir haben gewonnen. Es sah am Anfang ziemlich scheiße aus, aber man sieht, was man draus machen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch und ein Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Wenn nicht, dann Daumen runter. Macht aus, was auch immer. Und ja, ich werde mal gucken, vielleicht mache ich noch mehr Runden, aber dann auch erst ab Level 18, damit ich euch zeigen kann, wie geil dieser eine Charakter ist, den ich so sehnlichst erwünsche. Und wir sehen uns vielleicht in dem nächsten Part von Awesome Notes. Bis dann.